Nein, das weiß ich nicht. Ich könnte mich doch hier irgendwo draufstellen. Ja, du hast in Luft gehangen. War das einfach ein Bug oder was? Ja. Nein, 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 scheiße, falsch, Ecke. So, was war das? Ja, ich weiß. Äh, ich muss da nochmal rein. Scheiße. Ah, nee, muss ich nicht. Ich kann ja von hier aus. Nee, kann ich nicht. Kann ich auch? Ja, nein, kann ich nicht. Verdammt, setzen wir dein Potenzial ein. Welches? Das dunkelblaue. Nein, das ist das falsche Gesetz. Du musst auf den Motor kommen. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier oben drin. Warte, ich bin hier oben drin. Setz mal dein gelbes Weg, bitte. Oh, oh, oh. Hä? Guck mal, wo ich bin. Ach du Scheiße. Oh, wow. Ich bin gerade hier weggepackt worden. Geschafft. So. Schnell da rein. Mhm. So. Oh. Oh, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Wo müssen wir das hin? Scheiße. Ach hier, hier auch diese Platten drauf. Siehst du? Genau. Ich erinnere mich. Und jetzt? Genau, und da ist der andere hoch. Da wollen wir da aber nicht rein. Wo wir rein wollen, ist nämlich... Wo wollen wir nochmal hin? Da hinten, da müssen wir irgendwo hin. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Äh. Ich weiß es doch nicht. Ach so. Hat wir jetzt hier das? Ja, ja. Ja, ja. Aber durch. Wir haben ja Portale. Ja, stimmt. Portal, Portale. Sag mir was. Oh, oh. Wird abgeschossen. Jetzt nicht mehr. Meinst du, das ist nicht mehr lang? Äh, das bringt irgendwie gar nichts, ne? Doch, 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 doch. Ja? Ach, doch, nicht schlecht. Da ist ja was. Oder? Keine Ahnung. Nur möglicherweise. Sehen wir mal. Ja, sieht gut aus. Ich steigen wir mal hier aus. Oh, und eine Tür. Da haben wir auch lange gesetzt, wir jetzt nur. Ja. Das war auch scheiße. Oh nein! Oh, das ist... Oh nein! Oh ja, das geilste überhaupt. Das ist eins, der mich jetzt... Jetzt müssen wir das nochmal... Jetzt müssen wir nicht auch nochmal so ein Laserding... Du musst hier unten das Laserding mitnehmen. Die Wand. So, jetzt musst du mit Rot gleich... Zusammen, wir müssen wieder zusammen. Jetzt musst du da schon die erste, genau. So. Ach, scheiße. Wie war das nochmal? Dann fallen wir hier runter. Ich muss hier schnell in den Raum... Oh, du warst noch gar nicht da, ne? Oh, scheiße. Oh, du warst immer für Schalter brutal. Oh. Dachtet ihr, der Schalter sei dort unten? Oh. Ist aber auch scheiße. Mach mal das Ganze. Also... Ich nehme hier mein Ding mit. So, und dann da unten gleich. Du kannst dich schon mal da hinsetzen. Das muss ich hier hinsetzen. Dass die Roboter runterfallen. Ich muss das Gelbe gleich schnell wegsetzen. Ja, schnell nicht. Aber du musst auch wieder wegsetzen. Oh, oh, schießt noch nicht. Oh, Mann, du, die Disc suchen. Wo liegt denn hier der Disc? Hab sie. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Muss man wieder hier. Ich kann alles sein. War er zerstört bestimmt, ne? Und es ist nichts passiert. Sehr schön. Oh, super toll. Wie er zerstört worden. Oh, schade. Was denn? Ne, ich wollte mir gerade die Tafel angucken. Da stand irgendwas drauf. Welche Tafel? Da war so eine Whiteboard. Aber das ist ja im Video mit drin. Da kann man ja mal irgendwie... Pause drücken. Das ist ja bei vielen Videos mit dabei ermöglichen. War das auch schon immer, oder nicht? Ne, ne. Damals nicht. Pause drücken? Ne, das musste erst noch erfunden werden. Pause drücken? Was erzählst du für ein Scheiß? Wenn ich einen Film abspiele, kann ich ihn doch anhalten. Selbst wo es doch... Film ist ja nichts anderes als eine Anreinung von Fotografien. Den kann man doch auch so schnell von dem Film anhalten. Dann hat man doch auch Pause. Nein, nein. Nein. Quatsch. Dank euch weiß ich, wo sie sind. Ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den, äh, Notausgabe aktiviert. Alles, was ihr zu tun habt, ist die Menschen zu befreien. Wir kriegen Besuch von einer Nummer 5. Sie danken euch sicher mit einer Party. Scheiße, wie kommen wir da mal hin? Da haben wir über diese schreige Fläche hin, ne? Wow. Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Jupp. Das wäre durchaus machbar. Was steht da überhaupt? Wollen wir mal lesen? Mhm. Wir müssen ein Kauler-Welschen, ne? Interessant, ja. Warte, ich lese mal vor. TG.IJ... Oh, scheiße, das ist so schnell. AD3F-4 Setup. Wii, Getscher, Gittier, Wiwi, bla bla bla. Okay. Cool. Ja. Ah, das gibt es in die Alten. Du bist einfach mal auf dem Falschen, du Doof. Ah, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem, ähm... Jetzt erst mal den Farbdingern da. Ein bisschen tief. Tiefgründige Erfahrungen. Äh... Ein flacher Witz. Bruller. Bruller. Ich habe Bock auf eine Pizza, aber ich habe keine Pizza da. das ist natürlich scheiße äh ich gebe da so ein neuer find und nenne sich äh bestellung äh ich hab die bestellung erfunden völlig sinnlos ich hab's erfunden aber es gibt noch keinen der bestellung aussieht super hä was hast du denn jetzt gemacht ich hab das gel da hingepackt jetzt kann man schön von da aus da jetzt musst du dich auf den knopf drauf stellen achso ich hab vergessen deine partnerperspektive anzumachen also das ist natürlich fatal kannst du zum knopf wieder runter gehen naja muss man halt sagen weiß ich ja nicht sonst kannst du einfach hier hochkommen jetzt hast du das rotere portal weggenommen oh ich wollte gerade da durchgehen jetzt hör auf glückwund ihr habt den test bestanden wir sind wirklich das beste team das ich mir nur wünschen kann ach jetzt sind wir jetzt erstmal aufziehen und ich kann mich noch an ein paar kann man erinnern wo wir dann wieder stundenlang so wie diese eine kammer wo einfach alles zerstört ist und immer nur die türen hast und die reste von den von den da darf immer nur so türme und das sind dann teilweise türen oder was und dann sind halt eben einfach nur diese reste von diesen gängen wundert ihr euch die volle türen sind also reste von den gittergängen die meisten nicht test subjekte andere menschen hier heimlich gefangen gehalten ich glaube sie wollten sie bestrafen indem sie sie nicht mehr zu meinen tests ließen darum konnten menschen die strecken nicht bewältigen weil sie freunde wie feinde behandeln ach jetzt kann man da hoch springen wahrscheinlich das wäre möglich ja ja durchaus ah ich kann mich erinnern ja doch das muss man hier unten mhm warte ah genau das ist nämlich da und super toll genau und ich muss jetzt von unten soll ich die farbe einfangen du musst es hier unten hinsetzen und ich muss äh nein du musst die farbe einfangen und jetzt die farbe muss da rein was allerdings nicht geht ja jetzt bist du innen drin musst du jetzt dahin ja genau und dann musst du schnell daran wenn das portal wegnehmen damit es runterfällt nochmal ne reicht schon mach nochmal das war aber vorher jetzt halber damit man nicht daneben springt so und das gleich jetzt auch nochmal hier ne ne wie kommt das jetzt ne 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 ja wenn wir überlegen gerade das war mit ja achso klar setzt mal du musst mach das noch einmal dahin wo da unten so jetzt sollte ich da farbe reinfallen und dann muss das portal einfach schnell hier hinsetzen dass das gelbe dann fällt die farbe darunter und durch das gelbe und dann da drauf da hat es gar nicht so viel dafür machen so noch mal noch mal ok herkommen das ist einer auf knopf jawohl ja jetzt natürlich die frage ich kann jetzt hier runter und die war das jetzt noch mal jetzt hier ist noch was genau da ist noch irgendwas ach so klar jetzt musst du das rote wird das rote mitnehmen müssen was soll ich machen spring mal da rein ich weiß wie es geht du musst da rein springen von da oben nein du musst doch du kannst da rein gehen du kannst nämlich von da aus ein portal da rein setzen und da unten dann kannst du einfach durchgehen und dann hier in das portal reinspringen du weißt dass das funktioniert ja ich kann hier aber kein portal setzen das ist der einzige fehler im system du kannst doch du kannst du kannst du jetzt ein portal reinsetzen hier drin kann ich kein portal setzen warum nicht weil hier keine weiße fläche ist es geht nicht ich weiß wie es geht nein da ist keine weiße fläche nein nicht da da irgendwo drin ist noch ein portal weil eine weiße fläche wo du ein portal reinsetzen kannst hier nein nicht da in dem raum da ist nichts da ist guck doch mal drück über tab guck doch mal wo ich hingucke ich weiß wie es funktioniert lass mich doch mal sagen wie es funktioniert also ja es kann nicht funktionieren Grieger kannst du irgendwie wieder zurück ja komm her nö ich weiß jetzt komm her ja ich weiß doch schon die ganze zeit wie es geht komm her ich muss hier sein ich weiß wie es geht kannst du da ein portal drauf setzen nein kann ich doch gar nicht er kommt zurück ja so dass es das andere dahinter wo er eben war es ja dankeschön war gott verpackt ab hat sich so gut weg zu suchen okay ich hätte noch einen anderen Weg gehabt wie es funktioniert könnte der DPS muss ich hätte 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 ich würde wieder in dem nämlich das eine Portal dahin setzt man kann da nicht durchfliegen Gregor, man kann nicht nur gerade fliegen ne aber wenn du hoch genug bist, fliege ich weit genug ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert der beliebtesten um weniger tödliche Tests lächerlich wie können sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn sie das noch schreiben können oh Dennis, du verpasst hier so geile Scheiße